Hi, mein Name ist Marco Rehmer und in diesem Video zeige ich dir, was das Unlimited Member Paket genau ist und wie es funktioniert. Was ist das Unlimited Member Paket? Das bedeutet, wenn du das erwirbst, dann hast du lebenslang unlimitierten Zugriff auf alle Frequenzen im Shop. Du bekommst alle Updates, du bekommst alle Versionen, also MP3, Warf 16, Warf 32 und was danach auch immer kommen sollte, wirst du bis zum Lebensende hin zu bekommen. Du wirst auch zusätzlich, wenn ein neues Update kommt, also so die Gold-Silber-Membership, die man sonst kennt, ist auch darin enthalten. Das heißt, du musst da nicht etwas monatlich bezahlen, um neue Updates zu bekommen, das heißt, du bist automatisch bis zum Lebensende, bekommst du alle Updates. Und ein Riesenvorteil, was noch hinzukommt, ist, jede neue Frequenz, welche hinzugefügt wird, wird für dich als Unlimited Member für immer kostenfrei sein. Es ist sozusagen das Ticket, wo du für Brainwave alles bekommst, was nicht inkludiert ist, ist Live-Seminare, weil die Preise ändern sich, die Hotelkosten und so weiter. Da ist einfach, das ist gebunden an etwas Variables. Und was eben aber inkludiert ist, ist eben einfach das komplette Brainwave, alle Frequenzen, alle Updates und alles, was dazu gehört, ist da enthalten. Und du kannst dir selber ausmalen, wie viele Frequenzen im Shop jetzt schon verfügbar sind, die ganzen höheren Bit und so weiter, was das alles kosten würde, würdest du das einzeln kaufen. Und wenn du das dann noch umrechnest, was noch hinzukommt, plus alle Updates und so weiter, dann ist das, finde ich, ein sehr, sehr fairer Preis, wo du dann sozusagen nur einmal das bezahlst. Und dann bis zum Lebensende, sozusagen lebenslang, komplett alles kostendrei bekommst danach. Also, wenn du Interesse hast und das Budget für dieses Paket zur Verfügung hast, dann freue ich mich, dich als Unlimited Member begrüßen zu heißen. Und du bekommst zusätzlich von mir noch eine, wenn du dich angemeldet hast, schickst du mir deine Handynummer und ich trage dich auf eine private WhatsApp-Gruppe ein, in der sich alle anderen Unlimited Member befinden. Und dann kann ich dich dort auch persönlich supporten. Was nicht inkludiert ist, ist Telefonsupport von mir, aber ich kann dir die dort auch in der Gruppe gern Sprachnachrichten schicken und so weiter, wenn du irgendwelche Probleme oder irgendwelche Fragen hast. Also, da bekommst du persönlichen Support von mir. Natürlich eine ganz andere Reaktionszeit als über das normale Ticketsystem. Okay, das waren sehr viele Vorteile. Ich hoffe, du hast Interesse daran und wenn ja, dann freue ich mich, dich persönlich sozusagen im Unlimited Member Bereich zu sehen. Und dort bekommst du natürlich dann alles, was dir zusteht. Also, bis bald. Ich hoffe, du hast mich, dich, 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 Untertitelung des ZDF, 2020